Jetzt schaut euch das mal an. Dieses Auto hier ist 5,27 Meter lang und wir reden ja von einem zweitürigen Coupé. Das sind 15 Zentimeter mehr, als eine Mercedes S-Klasse lang ist. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das Schönste, das Schönste ist diese Kante hier, die sich von vorne nach hinten zieht. Der perfekte Schwung. Das ist so schön. Das ist für mich spektakulär. Und da wir gerade von perfekten Schwüngen reden, das hier ist ja ein Fastback. Auf Deutsch schnelles Heck. Also wenn das hier kein schnelles Heck ist, dann weiß ich es nicht. Und wie perfekt hier die Linien zusammenfinden, vom Dach über die breite Heckscheibe bis hin zum Kofferraum. Und dieser kleinen Erhebung hier, das nenne ich spektakulär. Und dann natürlich die berühmteste Kühlerfigur der Welt. Der Rest der Welt nennt sie Emily, aber der geneigte Brite sagt hoheitsvoll Spirit of Ecstasy. Die ist 103 Jahre alt, aber sieht immer noch fantastisch aus. Und nur beim Wraith ist sie um 5 Grad nach vorne geneigt. So als würde sie sozusagen die Angriffsposition einnehmen. Ich finde, das sieht sensationell aus, oder? Das ist für mich spektakulär. Und das hier ist das Herzstück des Wave. Schaut euch mal allein die Motorabdeckung an. Die sieht aus wie eine Staffel Kampfjets im Anflug. Ein V12 mit zwei Turboladern und 632 PS. Und die kommen aus 6,6 Liter Hubraum. 6,6 Liter Hubraum. Wahnsinn, oder? Die beschleunigen den Wave von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. Und das bei 2,4 Tonnen Gewicht. Der stärkste Motor, der je in einem Rolls war. So viel zum Thema spektakulär. Und dann diese Türen hier. Allein aus dem Türgriff bauen andere ganze Autos. Der Türgriff ist vorne und die Tür öffnet sich nach hinten. Und jetzt schaut mal. Das ist eine Riesentür. Die ist genauso lang wie der gesamte vordere Kotflügel. Und das einfach nur deswegen, damit die Proportionen stimmen. Und genau das macht den Wraith aus. Und dann dieses Holz hier. Das ist Cannadel. Offenporiges Edelholz. Fühlt sich super an, wenn man da rüber streicht. Und das ist nach unten um 55 Grad geneigt. Genau 55 Grad. Nicht vergessen. Das soll dem Ganzen so ein bisschen einen aggressiven, sportlichen Charakter geben. Und dieses größte Stück Holz, das hier in einem Rolls verbaut wurde, nenne ich, ihr ahnt es schon, spektakulär. Dann gibt es hier noch so zwei kleine Details. Die gibt es zwar in jedem Rolls, aber die muss man einfach zeigen. Zum einen, für jede Gelegenheit gerüstet, der Regenschirm. Regenschirm, ein echter Rolls-Royce-Regenschirm natürlich. Und zum anderen, diese Lammfell-Fußmatten hier. Da versinkt mein kompletter Finger beinahe drin. Hammer, oder? Die gesamten Fußmatten hier in dem Rolls kosten mal lächerliche 850 Euro. Das nenne ich zumindest sensationell. So, nur um es euch nochmal zu zeigen. Das hier ist ja ein Fastback, ein zweitüriges Coupé. Da sitzt ein Erwachsener normalerweise hinten so drin. Hier habe ich nach vorne viel Platz, oben passt doch ein halber Kopf dazwischen. Und das nenne ich... Spektakulär! Genau. So, jetzt möchte ich aber endlich wissen, wie sich dieser Buckingham Palace auf vier Rädern fährt. Und eins ist klar, so lange armer hat kein Mensch, dass ich diese Tür wieder zumachen kann. Dieses Riesenteil von Tür. Also gibt es hier einen netten Knopf. Den muss ich nur drücken. Und dann geht die Tür von alleine zu. Anstrahlen muss ich mich aber doch selber. Mach ich aber gerne. Weil jetzt, Ladies and Gentlemen, kommt die Stunde der Wahrheit. Also wenn man sich hier zum ersten Mal in den Wraith reinsetzt, so ungefähr muss sich Captain James T. Kirk vom Raumschiff USS Enterprise gefühlt haben, als er den Kommandostand zum ersten Mal übernommen hat. So ein Gefühl ist das. Also dieses Auto hat natürlich Luftfederung. Das heißt, das ist ganz bestimmt kein Rumpelauto. Diese Unebenheit in der Straße, die steckt der wie nichts weg. Da spürst du kaum was von. Man sagt ja, ein richtiger Rennfahrer, der spürt die Straße durch seinen Popo in einem Sportwagen. Hier spürt mein Hintern aber mal gar nichts. Das finde ich spektakulär. Also der Wraith hat ja ein ganz feines Achtstufen-Automatik-Getriebe. Das ist Satellitenunterstütz. Das heißt, per GPS erkennt das Getriebe, wann eine Kurve auf ihn zukommt, wie scharf die Kurve ist und es bergauf, bergab geht und bietet dir immer den besten Gang an. Das Gleiche gilt übrigens auch für deine Fahrweise. Wenn du sagst, ich will heute ein bisschen sportlicher fahren, auch dann stellt sich das Auto darauf ein. Das ist im Prinzip Formel-1-Technik und das finde ich richtig spektakulär. Also diese 632 PS, die dieses Auto hat, die spürst du natürlich so gut wie gar nicht. Der knust ganz entspannt rum, du hörst fast nichts vom Motor. Aber wenn du dann mal aufs Gas gibst, dann hörst du von innen, wie dieser V12 anfängt zu röhren. Und dann wird das wirklich zum sportlichsten Rolls aller Zeiten. Genau so. Ah, ah, hörst du es? Hörst du es? Genau, dann hast du einen Sportwagen. Ja, allerdings nur von der Beschleunigung. Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist das hier der spektakulärste Rolls aller Zeiten? Ja, das ist er. Weil du hast hier alles, was du dir von einem normalen Rolls-Royce wünschst. Luxus, Platzangebot, Komfort, alles das, was du erwartest. Aber zusätzlich hat er noch so eine dramatische Komponente, die durch den Motor kommt. Weil mit dem hier kann man halt auch richtig Gas geben, zumindest wenn man gerade ausfährt. Plus diese Fastback-Form, die gibt ihm auch noch dieses sportliche Aussehen. Das ist ungefähr so, als wenn du einen A380 Airbus mit einer Concorde kombinierst. Da hast du von beidem etwas. Und das macht dieses Auto spektakulär.